Ich bin Frank Hannig, ich bin Strafverteidiger und ich beschäftige mich mit dem Thema der Banane, und zwar der Banane auf der Deutschlandflagge. Ich habe als Student diesen Sachverhalt, diesen Tatbestand, Paragraf 90a Strafgesetzbuch, irgendwann mal gelesen und meine Professoren haben mir gesagt, den brauchst du nie. Das sind Sachen, die finden praktisch nicht statt. Die Bundesrepublik steht über solchen Dingen drüber. Ich lege die Banane mal weg und setze die Brille auf. Jetzt haben wir also tatsächlich den Fall, scheinbar ist unser Staat doch nicht mehr so cool. Scheinbar müssen wir jetzt doch verfolgen. Es gibt also jetzt Leute, die verurteilt werden, weil sie eine angeblich verunklimpfende Gestaltung der Flagge mit sich führen. Am Rande von Demonstrationen wurden also Fahnen beschlagen, schwarz-rot-goldene Fahnen mit einer Banane, die möglicherweise ausdrücken sollen, Deutschland ist eine Bananenrepublik. Ich diskutiere gar nicht über Meinungsfreiheit und ähnliches. Mich interessiert der Gesetzestext und ich habe ihn mal hergenommen, weil ich den nicht im Kopf hatte. Wer also öffentlich in einer Versammlung die Farben, die Flagge, das Wappen oder die Hymne der Bundesrepublik verunklimpft, wird bestraft. Ein Tatbestand. Zweitens wird bestraft, wer eine öffentlich gezeigte Flagge und so weiter entfernt, zerstört, beschädigt, unbrauchbar oder unkenntlich macht oder beschimpfenden Unfug daran verübt. Beschimpfender Unfug. Das könnte es natürlich sein. Im ersten Moment habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, oh, 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 wahrscheinlich ist es wirklich strafbar, wenn man diese Banane auf diese Flagge näht oder diese Flagge zeigt, könnte das ja beschimpfender Unfug sein. Aber dann ist mir aufgefallen, wenn man das Gesetz genau liest und das müsste eigentlich auch die Polizei können oder zumindest die dahinterstehende Staatsanwaltschaft als Dienstherr. Wenn man das genau liest, steht hier die Flagge und die Flagge der Bundesrepublik ist mitnichten die Fahne schwarz-rot-gold, sondern die Flagge ist die offizielle Flagge mit dem Wappen der Bundesrepublik. Das heißt, das grobe Unfugtreiben gilt nur für die offiziellen Hoheitszeichen des Staates und nicht für die schwarz-rot-goldene Fahne. Für die schwarz-rot-goldene Fahne gilt allenfalls das andere, das Verunglimpfen. Und da stellt sich doch die Frage, ist das Aufnähen einer geschälten Banane schon ein Verunglimpfen? Ist das nicht noch Meinungsfreiheit? Ist es nicht Satire? Ist es nicht gar Kunst? Was ist es? Ist es ein Verunglimpfen im Rechtssinn? Ich persönlich glaube nicht. Das Spannende ist aber, dass es bisher keine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu gibt. Einige Staatsanwaltschaften haben gesagt, das ist nicht strafbar. Offensichtlich ist der neue Trend zu sagen, es ist strafbar. Ich empfehle euch ganz dringend, wenn euch sowas betrifft, zieht die Verfahren raus, solange ihr könnt. Es wird irgendwann ein Urteil dazu geben und ich glaube fest daran, dass der Rechtsstaat funktioniert und es wird sich als nicht strafbar erweisen. Zieht die Verfahren raus, macht Einsprüche gegen die Strafbefehle, geht nicht zu polizeilichen Vernehmungen, macht keine Angaben zum Sachverhalt, zieht es raus, ohne euch dazu zu äußern. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und im Zweifel zum Verteidiger gehen. Ich glaube, diese Geschichte mit der Bananenflagge, das wird euch nicht ins Gefängnis bringen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also in diesem Sinne, nicht alles, was die Behörde anklagt, ist am Ende wirklich strafbar. Wenn ihr Ärger habt, meldet euch, ruft an, schreibt eine E-Mail. Ich bin für euch da.